Trotz eines Startfehlers feierte Gestüt Forstwalds Schergon im Prix de Milan in Onguin endlich seinen ersten internationalen Erfolg. Nachdem der hohe Favorit Vasquez frühzeitig ausfiel, bestimmte zunächst Heiko Schwarma mit dem Nirsia-Pokalsieger Formen lange das Geschehen an der Spitze. Doch als es zu Beginn der langen Endgeraden ernst wurde, mussten beide rasch die Segel streichen. Die vor den Tribünen aufgerückte Voxdea und Wahlberg zogen nun nach vorn und just in dem Moment, als kaum noch jemand damit rechnete, ging für den innen eingeschlossenen Schergon doch noch das Loch auf. Wie von der Sehne geschnellt, schoss der Graf Zepplinsohn nun nach vorn, machte Meter um Meter gut und bekam Wahlberg, Visier-Ponvoitier, Frumdor und die nachlassende Voxdea beinahe noch sicher in den Griff. Abgerundet wurde der deutsche Erfolg an diesem Wochenende durch Meadows-Pike und Heiko Schwarma, die tags darauf im Prix de la E nur den höher eingeschätzten Sudan vor sich anerkennen mussten.